Kann ich eigentlich hier... Oh, ich kann sogar den Ladescreen umschalten, okay. Oh, ich... Äh, Entschuldigung. Oh Gott, ich habe vorhin eine halbe Stunde Final Fantasy gespielt. Oh nein. Äh. Das sieht aus wie Ärsche. Die Beine von den... Was ist das? Löwen? Nein. Ach so, das sind Menschen. Also, die Beine sehen ein bisschen aus wie Ärsche. Also, so... Wie sind sich Bücken dahinter? Seht ihr das? Okay, sie sahen schon immer... Obwohl, das sind mehr Brüste gewesen. Was ist das? Ein Vogel. Egal, wir gehen jetzt... Oh, äh, einfach weiter. Ich habe nicht... Ah! Willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade erst... Oh Gott. Hallo, Doppeldeckerbus. Mann, ich kann nicht steuern jetzt! Okay, gar kein Problem. Ich habe... Ich weiß jetzt genau, was ich mache. Okay, wartet, wartet. Ich zeige euch jetzt, wie man das macht, ja? Seht ihr, wie krass ich bin? Also... Oh, das... Das knackt bei jedem Rollsound. Knack, knack, knack. Also, easy, oder? Also, gut. Ja, klar. Gestern, im Stream. Und was ist das jetzt? Ja, mach auf! Hä? Was ist das? Ich komme da, glaube ich, nicht hin. Aber was mache ich jetzt? Der Stein hat ja nichts geschafft, oder? Okay, wir müssen gleich... Ach, da ist eine Hebe... Wow! What is it? Nein, ihr... Ich habe wieder gedrückt gehalten. Ah! Ich sehe nichts! Ah! Hallo, kannst du aufhören, dich zu drehen und einfach rennen? Also, 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 ich möchte nur sagen, ist ein gemeines Spiel. Ist ein gemeines Spiel. Und ich habe mir jetzt selbst die Dinos aufgemacht, ja? Toll. Ernsthaft, komm... Ey, warte mal, warte mal. Das ist jetzt aber nicht so ein Labyrinth-Ding, oder? Nein. Nein. Äh, 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 äh. Ist da was? Nö. Kann ich damit irgendwas machen, oder ist das... Warte mal. Kann ich damit was machen? Was? Nee. Nee. Hä? Was? Ach, da sind Stachel. Da will ich, glaube ich, nicht runter. Äh, warte mal. Und wie komme ich da jetzt rüber? Kamera, bitte beruhige dich. Warte, X ist springen. Okay, kannst du das einmal... Das geht nicht. Doch, das geht jetzt. Nein, 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 nein. Nie. Schieb den Wal. Schieb den Wal. Schieb den Wal zurück ins Meer. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß auch nicht mal, was ich hier mache. Geht das überhaupt noch weiter? Nee, da... Ich glaube, da weigert sie sich. Kann ich das noch weiter? Nee, da weigert sie sich auch. Ich... Okay, ich glaube... Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie ich gerade dachte. Ich glaube, du kannst gar nicht so viel falsch machen, hoffe ich. Ich mache das, damit sie mir zeigt, ob da Gegner sind. Was ist das? Darf ich da drauf? Okay, ich darf da drauf. Hallo? Ich... Nee, ich drücke doch... Ich mache keine Hebel mehr. Ich will keine Hebel mehr. Das letzte Mal, als ich Hebel gemacht habe, habe ich Dinos bekommen. Ich will keine Dinos mehr. Ich hasse Dinos. Außer die Dinos. Das ist eine lustige Serie. Vor allem... Seht ihr das? Seht ihr das, was ich sehe? Wenn ich das mache, dann... Dann falle ich da runter. Okay, das testen wir, ob das geht. Ah! Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh, 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 oh. Warum kommt da keine Musik mehr? Nee, wir laden. Ich will da nicht runter. Ich will... Ich bin ja... Also, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Oh, das ist nicht gut für mein Herz. Ich gehe da nicht mehr runter. Also... Ich finde das so hübsch, wie sie da immer so... Kerzen gerade nach oben springt für eine Stufe. Das ist schön. Oh. So. Aha. Ich drücke diesen Hebel. Nee, ich brauche den aber. Oder? Da komme ich doch sonst nicht hin. War das überhaupt der? Ich glaube, wir brauchen den. Anders funktioniert das, glaube ich, nicht. Dass die auch nie abbremst. Dieses Game ist so lustig. Ja, Tanni. Du findest halt Gewalt und Tortur auch schön, ne? Ach, das war der Falsche. Ach so. Ja, klar. Ich habe es aber, also ich habe es fast versucht, ne? Also fast gesche... Ihr Kackbratzen, ich hasse euch alle. Und jetzt? Aber da komme ich hoch. Oh. Jetzt habe ich losgelassen. Warte, mir wurde was gesagt, was ich probieren soll. Okay, warte. Ich weiß es nicht mehr. Was war das? Ich soll da hängen? Okay. Okay. Also ich sehe, warum sich das gewünscht wurde. Ich, ich, ich sehe das. Hier, ein kleines Schweinchen. Ah. Und jetzt? Würde ich gerne da... Ei, 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 ei. Ei, Karamba. Hä? Warum? Hm. Ich schaffe das. Also ich musste hoch. Und das war eigentlich gut. Aber außer, dass sie sich abgestoßen hat. Und ich weiß nicht, warum. Ich habe eigentlich alles versucht, so zu machen, wie man es macht. Oh Gott. Können wir bitte... Danke. Ja. Ja, danke. Gern geschehen, meine ich. Also für euch doch immer oder so. Hä? Warum? Die ist nicht kooperativ schon wieder? Ich speichere gleich davon. Ich glaube, ich speichere da. Stream Award. Für was? Für Hinternzeilen von Lara? Ja, klar. Okay. Warum? Sie hält sich einfach nicht fest. Okay. Also. Also ich mache... Wartet. Ich laufe zurück. Ich drehe mich noch einmal und gehe einen Schritt nach vorne. Und dann drehe ich mich nochmal. Nicht so weit. Gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Und nochmal einen Schritt zurück. Und dann laufe ich, während ich X gedrückt halte und drücke A. So viel Schwung. Ach ja, normale Sprunge gehen ja auch. Och, keine Lust. Die soll aufhören. Die ist in kooperativ. Samuel täte dir bestimmt gut. Nee. Nee, Taren täte dir gut. Taren würde ich... Oh, das würde ich ja gönnen. Das würde ich ja richtig gönnen. Warte, ich muss die Waffen wieder raushaben, damit ich Anzeige habe, ob Gegner kommen. Weil die Kamera ja auch sehr... Inkooperativ ist. Unkooperativ meine ich. Inkooperativ. Ich spring einfach mal. Was war das? Was hat sich hier bewegt? Es klang nach Stein. Äh. Hä? Was weiß ich denn, wo ich hin muss? Bin ich gerade im Kreis? Hä? Ach, da hat sich was bewegt. Hä? Warum? Hä? Jetzt bin ich... Hä? Was? Hä? Okay, wartet. Aui. Das hat sich, glaube ich, ja gerade erst geöffnet. Das war davor ja zu. Nein, konnte ich deswegen jetzt das wieder... Halt dich fest! wieder zurück machen. Hinten? Da haben sich mehrere Sachen... Warte mal. Ne, ist das ein anderer? Warte, sind wir vorhin da gesprungen? Hinten? Ich habe keine... Das sieht alles gleich aus. Jetzt ist sie nicht gesprungen. Das ist toll. Toll, Lara. Gut gemacht, Lara. Sehr gut. Warte, wo kommen wir da hin? Die blöde Kuh ist so... Inkooperativ. Unkooperativ. Warum in? Hallo, Niki. Okay. Drehen. Wie die mal rot wird. Okay, das war's Neues. Okay, okay, okay. Aber das ist ja wirklich schwierig. Also... Ich glaube, das war einer meiner Hauptgründe, warum ich mit Spielen von damals echt teilweise sehr starke Schwierigkeiten hatte. Das sah alles gleich aus, jede Ecke. Ich habe doch so schon keine Orientierung. Welchen habe ich jetzt bewegt? Ich springe einfach mal. Aua. Den habe ich jetzt bewegt. Aber wie komme ich auf den drauf, ist die Frage. Hä? Ich habe nach oben gedrückt. Wirklich? Ich schwöre. Aber ich glaube, das Problem hatte ich mit dem Controller tatsächlich schon öfter bei Quicktime-Sachen. Wenn ich jetzt das drücke, ja? Hilft mir das was? Ein bisschen, oder? Aber ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Will ich da oben hin? Aber die Frage ist ja, komme ich da überhaupt hin ohne den Würfel? Ich glaube, ich will dahin, wo die Stacheln waren, richtig? Böse Controller. Der Controller ist wirklich kacke. Ist wirklich so ein billiger gewesen. Da steht Power A. Sag mal... Boah, ich kann die Kamera nicht... Mann, ich habe nach oben gedrückt. Ich habe nach geradeaus gedrückt. Ich habe so gedrückt. Oh! Vielleicht ist das Spiel gar nicht so schlimm. Vielleicht ist mein Controller das Problem. Mein Geh-Krie! Oh! Die hat eine Zunge. Und die will... Die blinzelt. Okay, wir laufen ganz... Können wir bitte die Kamera... Wie kann ich denn die Kamera umpositionieren? Gar nicht, richtig? Okay. Aber was bringt mir das? Da komme ich doch niemals rüber, oder? Äh... Du, also, ähm... Also, von dem zu dem... Das wird doch schwierig, oder? Also, hier geht ja wahrscheinlich noch irgendwie... So, einmal drehen. Aber hier würde ich, glaube ich, mit Anlauf springen. Okay. Aber wie komme ich denn da rüber? Aber das müsste gehen. Nein! Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Äh... Pfff... Pssst... Niemals. Mit Anlauf ist wohl doch... Du sollst schon springen. Du musst springen, Lara. Lara, springen. Mit Anlauf geht das nicht. Okay, wartet. Wenn ich jetzt hier eins vor und dann drehe ich mich. Ich muss dir jetzt nämlich sagen, dass das Spiel unfair spielt. Was mögen sie in Ukupacha ruhen? Sieh dir zwei Inka-Mumien ganz genau an. Das sind Inka-Mumien übrigens. Ich kenne mich nur mit Maya aus. Auf jeden Fall. Ich musste das outcallen, damit das Spiel gesagt hat, okay, gut, wir lassen sie jetzt durch. Oh, meinst du hier Königin... Ah, danke, danke. Hallo, Wignick. Okay. Und jetzt? Eins. Ich kann schon wieder... Also, das ist übrigens, was immer passiert. Und dann muss ich hier zurück. Und dann geht wieder alles. Und jetzt schon wieder. Und ich soll doch jetzt nicht wirklich in die Stacheln zu... Nee. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann ich? Oh, Gott sei Dank. Die G-Taste geht. Oh. Oh. Es war knapp. Aber ich habe sie gerettet, auch wenn sie es nicht verdient hat. Die Treppenball geht nicht mehr. Und du meinst, ich überspringe die... Einfach! Der ist tot. Ich dachte nicht, dass der schon hier ist. Aua. Also, bei dem anderen müsste dann ja auch noch irgendwas sein. Aber wo? Und hier müssen wir ja fast schon... Ich speichere jetzt nochmal. Über das drüber, weil das hat ja... Also, da haben wir seitdem noch keine Änderung. Warte... Aber warte mal. Kann ich? Also, wenn ich jetzt so richtig perfekt das mache, ja? Also, so... So richtig... Mit... Perfektem Maße... Da hingehe... Nee, lässt sie mich nicht. Da war kein Ausrufezeichen. Ui! Die habe ich vergessen! Ich bin tot! Lass dir schmecken, Tank. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Oh, nee, ich habe schon wieder... Oh, das war knapp. Schreie Okay, eine Frage. Warum hassen Tomb Raider-Entwickler ihre Spieler so sehr? Also, was ist deren Problem damit? Also, ich sehe das hier, aber ich will erst mal komplett gucken, ob nicht noch was anderes, aber ich glaube, das ist das einzige... Warte, hier hält sie sich nicht fest, weil schräg... Doch, tut sie okay. Warte, hier sind keine Tiere zu schaden gekommen. I don't know. Und, dankeschön, dankeschön. Eins echte Challenge. Ja, natürlich. Wenn sie zum Beispiel, also, die geben dir eine richtig krasse Challenge und dann kommt ein rollender Stein von um. Ja, klar, ist nur die Challenge. Ist nicht, um zu mobben, nö, nö. Kann ich das... Also, geht das? Warte, ich kann nicht, weil wegen... Ist so. Nee, das will sie nicht. Aber das Problem an der Sache... Ich glaube, ich brauche ich das, um da wieder hochzukommen? Oder brauche ich es nicht? Weil ich kann es natürlich verschieben, in eine andere Richtung, aber ist das blöd oder geht... Dann laufen wir halt. Die ist schon wieder so unkooperativ. Immer. So. Was hier? Wir sehen sehr oft heute Inneres von ihr. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ist da... Okay, da sind keine Spitzen. Alles gut. Ich sehe halt echt nicht so viel, ne? Nicht so schränkt. Hm. Okay, geht. Und hier jetzt? Okay, gerade so. Ihre innere Beauty, wie der Kenner sagt. Ja. Ja, genau so würde ich es, glaube ich, auch formulieren. Okay, da ist ein Hebel. Aber was ist das da? Hallo, Steffen. Okay, es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Das sieht aus, als wäre da nicht irgendwie Stacheln oder so. So. Noch eins. Und so. Das ist die falsche Seite. Ich brauche doch den Vogel. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, hier wieder. Und wie kriege ich jetzt... Also... Ich könnte hier Blöcke runterwerfen, aber... Wie? Aui. Warte mal. Hallo. Ganz Gott. Ups. Boah, das war knapp. Wie kriege ich das hin? Hm. Ups. So nicht. Hä? Hä? Okay. Nochmal. Nee. Das geht gar nicht mit Tastatur. Ach, das geht gerade gar nicht. Ach so. Oh mein Gott, mit Fahr... Bin ich bescheuert? Lenkrad wäre echt gut. Okay. Nie so nah an der... Wir sind wieder an diesem Punkt, wo ich euch sagen muss, ich mache dieses gerade nicht mit Absicht. Okay. Es ist wieder Zeit. Wir gehen hier ganz entspannt durch. Wir haben ja... Wir haben ja... Wir haben ja Zeit. Pulsmesser. Nee, wäre gerade gar nicht gut, weil ich habe momentan so komisch... So... So... Ab und zu macht mein Herz mal so... So... So wie so flattern oder so. Also seitdem ich... Also erkältet bin und so. Deswegen ist das gar nicht gut. Sonst schickt ihr mich zum Arzt. Gar keine Lust da drauf. Ähm... Wie mache ich das jetzt? Also ich... Ich brauche da irgendwas, um da... Aber warte mal. Vielleicht... Bis der Arzt kommt. Ja, das ist ja alles... Also mir geht es ja super gut. Außer, dass ich Tomb Raider gerade spiele. Nicht wahr? Ich glaube, das hat nicht so viel gebracht. Okay, wartet mal. Haben wir denn hier schon irgendwas? Danke, Chad, aber mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es sehr gut. Hm. Ja, es fehlt halt... Also da ist ein Hebel. Danke, Chad. Aber mir geht es gut. Mir geht es doch gut. Äh... Hier. Glaube ich. Erhebe von den beiden schiebbaren Blöcken. Nee, da habe ich doch, glaube ich... Also dadurch... Dadurch ist ja dieser Dino gekommen. Okay, was mache ich? Mach das weg. Warte, ich kann den doch auch nach hinten raus... Kann ich den nach... Nee, kann ich nicht, ne? Ach, die schiebbaren Blöcke. Ich dachte, du meintest die, die mit dem Hebel geschoben werden. Aber da... Also da wollte ich ja gerade eh hin. Also... Was mache ich denn damit? Also deswegen wollte ich ja hier hin, weil ich hier noch nichts gemacht habe. Aber gut. Ähm. Okay, weg. Drehen. Entspannt nach vorne. So. Gott. Nein, du kannst den Block nicht nur halb ziehen. Sonst würde ich es machen. Und der ging nicht weiter. Nö. Okay, aber was ist mit dem? Warum geht der auch nicht weiter? Wenn ich das so mache, vielleicht... Dann irgendwo anders war es? Nee, ne? Ich kann den einen nur in die eine Richtung und den anderen nur in die andere Richtung schieben. Und dann wird nichts... Also, dann ändert sich legit nichts. Na, den Block geht's noch in die Drohkarte. Ich weiß... Äh... 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 Ich muss auf die andere Seite. Also, Hype geht leider nicht, weil... Also, sie zieht durch. Sie zieht durch. So. So, 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 so. Well. Jetzt muss ich diesen Weg auch noch... Warte mal, ich war da noch nie unten. Was ist da? Ist da vielleicht auch irgendwas? Nö. Oh, doch. Na, also. So. Ey, wirklich, die Kamera und ich, wir sind echt keine Freunde. Ich glaube, das ist das Problem, was ich hab. Was passiert eigentlich, wenn ich einen gezogenen Hebel nochmal ziehe? Ähm. Also, heute ist der Bug aber oft... Äh, dass man hier alles ganz entspannt machen muss. Und das bin ich nicht gewöhnt. Okay, es geht wieder runter. Okay. Oh, no. Aber es macht ja nur eine Sache. Okay. Aui. Hallo, Bastmann. Der Block müsste weg, damit ich den Block klauen kann. Weil ich muss... Irgendwie muss ich doch an den Hebel von... Da, wo wir gerade herkamen, muss ich doch irgendwie kommen. Aber da ist ein tiefes Loch. Hallo? Wieso schiebt sie jetzt? Ach so. Ach, das ging ja nicht, dass da geht. Also, hier ist auf jeden Fall kein... Also, Rätsel, Rätsel. Ach, das ist... Ich hab das... Da ist ein Hebel. Ich hab das nicht als Hebel gesehen. Wow. Okay. Sie ist nicht abgesprungen. Sie ist nicht abgesprungen, diese dumme Kuh! Komm, jetzt... Das wirst du ja schaffen, oder? Also, es war knapp. Aber es hat funktioniert. Danke, danke, danke. Also, angeblich war die Steuerung auch so furchtbar. Aber man war sie halt noch gewöhnt. Ich glaub, das ist der große Unterschied. Ich glaub, das ist der große Unterschied. Panzersteuerung gibt's ja so gesehen. Nicht mehr so viel. Äh, warte. Welche Richtung? Äh, doch. Es gab eine Stream-Ankündigung auf Instagram. Aber keine Ahnung, ob sie rausgegangen ist. Also, ich hab sie. Nein! Oh, das seh ich doch jetzt schon wieder. Okay. Hä? Oh, wieso hat das getroffen? Oh mein Gott, hier geht's ja doch weiter. Doch, ich kann meine Insta-Story sehen. Also, genauso wie... Also, auf mein Profil und dann seh ich meine Story. Es wird halt nicht an alle rausgegangen sein, wahrscheinlich. Also, das ist auch nicht meine Vorschau oder so, sondern das ist wirklich... Also, wie eine Insta-Story halt. Ähm, aber es wird halt schwierig sein, dass das jeder sieht. Hat der seinen Kopf grad bewegt? Ja, ne? Ja. War das früher auch so? Ja, gut, war früher auch so. Häääh! Mami, ich hab Angst! Sorge dafür, dass einer von Guallopex wecht an was? Wie bringt mich... Kann ich auch den Zweiten dazu bringen? Ne, ne? Oh Gott, was? Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich speicher. Oh Gott. Und jetzt? Muss ich jetzt wegrennen oder kommen... Also, wegrennen oder kommen jetzt Gegner? Das müsst ihr mir schon sagen. Wieso, oder? Du hast recht. Ich glaub, ich muss... Weg. Aber ich glaub, ich hab gar nicht so... Das sieht aus wie ein Schieberätsel. Ähm... Ich bleib mal hier außen. Genau deswegen. Was war das nochmal für ein Hebel? Ich kann ihn nicht nochmal drücken. Warum nicht? Warum kann ich ihn nicht nochmal drücken? Kannst du ihn bitte nochmal drücken? Ich glaub, das soll nämlich nicht... Sollte ich den gerade drücken? Weil also... Hier hat ja nichts geholfen. Habe ich jetzt nicht einfach nur den Weg zu gemacht? Habe ich schon wieder Sachen übersehen? Wartet mal. Oh. Das war jetzt aber nicht so... Also... Was ruckelt denn das? Es ist schon wieder. Es ist schon wieder. Oh, was ist das? Rotleuchtend. Sehr gut. Ähm... Nee, 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 nee. Mann! Ich will da durch. Ich darf da nicht durch. Okay. Hallo? Danke. Dann wird irgendwo wieder irgendwas sein, was ich nicht sehe. Wir schalten jetzt kurz da rum. Boah, dieses... Pixel-Ruckeln... Ist man echt nicht mehr gewöhnt. Aber hier sieht man die Hebel auch nicht so viel besser. Äh? 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 Da kam ich doch her, oder nicht? Muss ich wieder zurück? Ich meine, ich musste ja nur das Artefakt finden. Muss ich jetzt einfach... Ah! Ist das ein Böser? Bitte, bitte erschieß mich nicht. Was? Ich muss zurück, glaube ich. Oh, schon wieder fast die falsche Taste nur gehabt. Arschloch! Okay, warte. Arschloch! Tja, jetzt haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch ihre habe? Hallo! Wart's ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du es unbedingt behalten willst, stopfe ich es dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück, wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Ha, den erwischst du nie. Sie meinen also, das Geräte hier hält nicht nur auf? Äh, keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenweine ihn hingebracht haben. Da muss... müssen sie Miss Nadler fragen. Danke, das werde ich tun. Danke. 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 Danke.